Was ist von der Grafx? So, man, it's been found in ... 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 Das ist die Ferry, die so fast ist. So, um, für die Touristen, wir haben einen sehr großen Hotel, einen schönen Hotel, in der Mitte der Indian Ocean, in der Mitte der Indian Ocean. Hier ist ein Pätschenspieler, hier, 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 unter den Wurzeln, der Bühne und der Wurzeln. Hier können wir mit einigen Fisch auf der Seite sitzen. Und das ist der Platz, das ist der Platz. Vielen Dank. Vielen Dank. Anyone who wants to have a vacation in Tanzania, this is one of the islands where it's nice and we are passing by. Thank you. 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 In front of us, oh yeah and the sun is rising in the surround, it's already A.M. in Tanzania, East Africa. Ich bin auf den schönen Eierlanden von Zanzibar-Henu-Vasen. Ich bin hier auf die 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 Zanzibar-Henu-Vasen. Windchiffschung Wator den Christen zumal-Henu-Vasen. Ich bin hier auf die Zanzibar-Henu-Vasen. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rundfunk Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So, you are welcome to visit our country, a beautiful country with a beautiful view it is. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Die Bühne sind hier.